Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Hillbilly Elegy von Ron Howard. Dieser Film basiert auf einem Buch, das Roman, Autobiografie und Sachbuch zugleich ist. Geschrieben hat es J.D. Vance, der der nächste Vice President der Vereinigten Staaten werden könnte, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt. Dieses Buch werde ich gemeinsam mit Ole im August in Wohlstand für alle Literatur ausführlich besprechen. Der Link zum Podcast steht in der Beschreibung. Hier soll es nur um die Verfilmung gehen, die bei Netflix zu sehen ist. Es ist ratsam, diesen Film zunächst einmal unabhängig vom Autor zu betrachten. Nicht nur, weil er weder Regie geführt hat, noch das Drehbuch geschrieben hat. Vor allem aber steht das Werk auch immer für sich. Es ist hervorragend besetzt mit Amy Adams und Glenn Close und auch der Regisseur ist ja kein Unbekannter. Im Mittelpunkt steht eine Figur namens J.D. Vance und erzählt wird die Geschichte der Familie, aus der J.D. stammt. Er stammt nämlich aus dem gebirgigen Gebiet von Kentucky, das man gemeinhin Hillbilly-Land nennt. Seine Großeltern, Urgroßeltern waren Arbeiter, aber sie wurden dann Opfer der Deindustrialisierung, fielen in die Arbeitslosigkeit, schlugen sich mit Jobs durch. Und in Hillbilly-Land ist zwar jeder mit jedem bekannt, mitunter auch verwandt, aber es handelt sich nicht um eine nette Gemeinschaft. Und als dann J.D.'s Großmutter mit 13 schwanger wird, muss sie Hillbilly-Land verlassen. Zu repressiv ist diese Gesellschaft. Und auch die Mutter von J.D. hat es nicht leicht. Sie wird das erste Mal mit 18 Jahren Mutter. Sie hat ein Drogenproblem. Wenn die Familie sich etwas Neues aufzubauen versucht in Ohio, dann gelingt das alles nicht zurecht. Und nun gibt es in diesem Film einen sehr simplen Spannungsbogen. Wir sehen J.D., wie er es geschafft hat, aus diesen prekären Verhältnissen zu entkommen. Er ist inzwischen Student an der Yale-Universität, aber er hat da ein Problem. Er benötigt dringend Geld, um sich weiter das Studium finanzieren zu können, weshalb er sich bewirbt bei verschiedenen Anwaltskanzleien. Er ist Jurastudent und ist dringend darauf angewiesen, dass es irgendwo klappen wird. Zugleich aber bekommt er von zu Hause einen Anruf, einen Anruf seiner Schwester. Seiner Mutter gehe es sehr schlecht, sie hatte einen Rückfall. Diesmal Heroin. Er müsse dringend zu ihr ins Krankenhaus kommen. Und so versucht er, zehn Autostunden entfernt, alles für die Mutter zu regeln, dorthin zu fahren, vielleicht eine Privatklinik zu suchen und dann aber am nächsten Tag wieder in Yale zu sein, um dort das wichtige Bewerbungsgespräch absolvieren zu können. Gezeigt wird uns dann in Rückblicken, aus welcher Familie J.D. stammt, welche Probleme es da gab und inwieweit man zwar irgendwann Hillbilly-Land verlassen hat, aber die Misere immer weiter ging. Hillbilly-Elegie ist das, was man ein soziales Drama nennt. Dieses Genre ist schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Theater relativ beliebt. Das liegt auch daran, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse sich dahingehend ändern, dass der Kapitalismus zu einer ersten Blüte kommt. Zugleich aber die Zahl der Arbeitslosen wächst, die Pauperisierung wächst. Es gibt eine Landbevölkerung, für die man in der modernen Industrie keine Verwendung findet. Es gibt eine Maschinisierung, die dafür sorgt, dass zum Beispiel die Weber, die an ihren einfachen Webmaschinen arbeiten, arbeitslos werden. Und all das führt dann dazu, dass auch das Theater überlegt, wie kann man eigentlich diese Subjekte, die durch die moderne Welt entstehen, auf der Bühne repräsentieren. Im sozialen Drama ist es häufig so, dass diese Geschichten von einem Determinismus geprägt sind. Um es ganz simpel zu sagen, Großvater war Alkoholiker, Vater war Alkoholiker, Sohn würde auch Alkoholiker werden. So sind oft die Dramaturgien aufgebaut. Und das hat durchaus seine Berechtigung, das soziale Drama. Die Frage ist nur, wie kann man eigentlich im 21. Jahrhundert ein solches soziales Drama erzählen. Gewiss gibt es einige sozialstaatliche Maßnahmen, die vor radikaler Verarmung schützen, auch in den USA. Aber dennoch ist diese grundsätzliche Verarmung immer noch Teil des Systems und sie ist gewollt. Wie bringt man also diese Menschen zum Sprechen, beziehungsweise wie stellt man sie dar, ohne sich über sie lustig zu machen, ohne auf sie herabzublicken, aber auch so, dass man irgendeine Erkenntnis daraus ziehen kann. Und gerade Letzteres ist nicht gerade das Anliegen von Hillbilly-Elegie. Es geht nicht darum, wirklich eine Erkenntnis zu generieren. Die Großeltern, so erfahren wir, sind nie aufgestiegen. Irgendetwas scheint nicht funktioniert zu haben. Der Enkel J.D. als Erwachsener dann an der Yale-Universität wundert sich selbst darüber und gibt uns aus dem Off eine Antwort. Es scheint, als hätte immer etwas gefehlt. Die Hoffnung vielleicht. Diese Aussage ist symptomatisch für den gesamten Film. Es wird aus dem Off zwar durch den Erzähler eine eigene Interpretationsebene eingeführt, aber diese bleibt eigentlich auf so einem Forrest-Gump-Niveau und tut irgendwelchen Allerwelts Unsinn kund. Denn es wäre ja zu fragen, ob es wirklich nur an der Hoffnung gelegen hat oder ob nicht ein großer Prozess wie zum Beispiel eine Deindustrialisierung und eine Finanzialisierung des Kapitalismus dafür gesorgt haben, dass diese Arbeiter aus Hillbilly-Land oder aus Ohio nicht mehr gebraucht wurden. Und dann ist es ja nicht eine Frage von Hoffnung, sondern es ist eine Frage von, wie müsste dann eigentlich Gesellschaft, wie müsste die Politik gestaltet sein. Aber man kann natürlich, wenn man es so offen lässt und nur von der Hoffnung spricht, so etwas sehr gut ausbeuten. Dann braucht man zum Beispiel einen politischen Hoffnungsträger und würde diesen in Donald Trump finden. Aber gehen wir mal noch gar nicht dorthin, sondern bleiben wir erstmal dabei, dass wir feststellen können, die Figuren denken nicht systemisch über ihre Situation nach. Wie sollten sie dies auch tun können? Sie haben es ja nirgends gelernt, in der Schule nicht. Sie konnten aber auch sonst wo ein Klassenbewusstsein nicht entwickeln. Das wäre zum Beispiel möglich, wenn man sich gewerkschaftlich organisiert. Aber hier haben wir es mit Leuten zu tun, die vereinzelt irgendwo Jobs nachgehen, die sich aber nicht miteinander verbünden können und nicht gemeinsam für ihre Interessen kämpfen können, die also noch nicht einmal wissen, welche Interessen sie eigentlich haben. Folglich sind diese Leute sehr einfach als sehr einfache Opfer für alle, die ihre Stimmen brauchen. Denn wir haben ja hier eine interessante Konstellation, dass wir es zwar mit Leuten zu tun haben, die radikal marginalisiert sind, die völlig ohnmächtig eigentlich diesem Staat ausgeliefert sind, die aber zugleich diese kleine Macht der Stimme haben, die sie abgeben können an der Wahlurne. Und deshalb sind dann zum Beispiel solche Populisten wie Trump gut beraten, um solche Leute auch zu werben, um deren Stimmen zu bekommen. Denn jede Stimme zählt ja in der Demokratie gleich viel. Dass der Film allerdings auch nicht über Systemisches nachdenken will, sondern eine Politik der Entpolitisierung betreibt, das ist ihm anzugreifen. Was ist mit dieser Politik der Entpolitisierung gemeint? Nun, wir sehen J.D. in Yale. Er hat pro Semester Studienkosten von 61.000 Dollar. Ein bisschen was wird über Stipendien übernommen. Aber er muss viele, viele Tausend selbst aufbringen. Und das geht nur, indem er sich einen Job sucht. Irgendwie, sagt ihm auch die Kreditberaterin, müsse es doch gehen. Zugleich soll er sich noch um seine drogenkranke Mutter kümmern. Es wird hier also nicht gefragt, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass man während des Studiums derart viel jobben muss, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann ja auch hoch verschuldet, dank dieser Studienkredite, ins erwerbstätigen Leben geht. Und dass andere, die aus reichem Hause kommen, einfach so durchmarschieren können. Diese Frage wird nicht gestellt. Es wird auch nicht eine systemische Frage gestellt, als die Mutter, die ja immerhin einen gravierenden Rückfall hatte, schon nach einem Tag aus dem Krankenhaus entlassen werden soll, weil sie zum einen nicht krankenversichert ist und zum anderen ein öffentliches Krankenhaus auch gar nicht dafür Sorge tragen muss, dass man sich länger um diese Frau kümmert. Die einzige Option ist also für den Sohn, eine Privatklinik zu finden. Und das ist selbstverständlich etwas, was er sich kaum leisten kann. Auch hier geht man nicht einmal auf die systemische Ebene und denkt über so etwas wie Medical Care for All nach. Hillbilly Illigy ist insofern ein strunzdummer und ein cleverer Film zugleich. Strunzdumm ist dieser Film insofern, als er uns permanent die prekären gesellschaftlichen Verhältnisse präsentiert. Und das kommt in Hollywood ja gar nicht so häufig vor, dass wir diese Milieus gezeigt bekommen. Zugleich aber wird daraus nie eine Analyse der herrschenden Ordnung abgeleitet. Es geht um Respekt und Ehre. Nicht allein in Bezug auf JD und die Familie, wie die Familie miteinander umzugehen hat und dass die anderen alle nur halb so viel wert sind. Am wichtigsten sind immer die Familienmitglieder. Im Prinzip wird diese Denkweise auch vom Zuschauer eingefordert. Man soll Respekt aufbringen gegenüber diesen Figuren. Es ist ein Film, der sich gegen den Klassismus wendet. Wir sollen mit mehr Respekt auf die Menschen am Rande der Gesellschaft blicken. Wir sollen nicht, wie Hillary Clinton es einst tat, sie als Deplorables bezeichnen. Aber mehr wird von uns gar nicht abverlangt. Es geht eigentlich nur darum, ein bisschen Awareness für die Armen zu schaffen. Ihr ökonomischer Status soll unverändert bleiben. Und deshalb haben wir es mit einem cleveren Propagandafilm zu tun. Das ist genau das, was Trump und J.D. Vance versprechen. Sie rufen den Hillbillys und den anderen zu, wir verachten euch nicht. Wir sind nicht wie die Liberalen. Wir sind eigentlich so wie ihr, ein bisschen bulgär, ein bisschen rassistisch, aber immer geradeaus. Und die Familie ist uns natürlich das Allerwichtigste. Politik macht man aber dann weiterhin für die oberen 10.000. So ist ja jetzt schon abzusehen, dass Trump große Steuererleichterungen für Konzerne vorhat. Das bedeutet aber, dass wenn die Staatseinnahmen wieder einmal gesenkt werden durch Steuererleichterungen, die Armut bei den Hillbillys und den anderen Marginalisierten noch weiter wachsen wird. Hillbilly-Elegie ist eigentlich Teil einer Antiklassismus und einer Identitätspolitik, die auch in linksliberalen Kreisen beliebt ist. Und dort wurde der Film durchaus gelobt. Wir müssen deshalb einmal unterscheiden, zwischen der Diskriminierung von Armen und der Diskriminierung von zum Beispiel Schwulen und Lesben. Bei Letzteren geht es darum, auf diskriminierende Praktiken und Redeweisen zu verzichten, sie zu unterlassen, Rechte herzustellen, die eine wirkliche Gleichheit bedeuten, zum Beispiel so etwas wie die Ehe für alle. Damit ist dann das Problem eigentlich gelöst. Bei Armen geht es jedoch nicht darum, einfach nur auf diskriminierende Worte zu verzichten, nettere Worte zu finden. Es reicht nicht aus, Armen nicht zu diskriminieren. Es müsste eigentlich darum gehen, die Armut als solche abzuschaffen. Genau das würde aber weder in linksliberalen Kreisen gesehen, noch von jemandem wie J.D. Vance oder Trump vorgeschlagen, sondern man möchte nur ein bisschen mehr Respekt einfordern, ein bisschen mehr Awareness schaffen, aber mehr dann auch nicht. Hillbilly-Elegy hat deshalb auch gar kein Interesse daran, groß über die eigentlichen systemischen Determinanten nachzudenken. Vielmehr geht es um den Determinismus zwischen den Figuren, wer ist da wie in möglicherweise Drogenabhängigkeiten oder Gewaltspiralen gefangen. Es geht tatsächlich dann auch nur mal kurz um eine wohlfeile Kritik an den Eliten. Wenn J.D. bei einem Abendessen in Yale ist, wo er sich bewerben könnte um einen nächsten Job und dann nicht so recht weiß, welches Besteck er zuerst verwenden soll, er sich dann gegenüber den anderen am Tisch, die reiche Unternehmer sind, rechtfertigen muss, dass er Soldat war, dass sein Großvater in der Stahlfabrik gearbeitet hat und seine Mutter eigentlich eine sehr kluge Frau sei. Es geht hier auch nur darum, dass J.D. mehr Anerkennung für seine Leute einfordert, aber es geht nicht darum, dass er wirklich einmal sichtbar macht, dass die Verhältnisse genau so sind, wie sie sind, damit die anderen, die dort am Tische sitzen, so reich bleiben. Hillbilly-Elegie ist ein Film, der viele dumme Antworten gibt, aber keine klugen Fragen stellt. Zu fragen wäre doch zum Beispiel, welche Gesellschaft bringt solche Hillbilly-Subjekte hervor? Wie wird man so? Das ist ja nicht eine bewusste Entscheidung, sondern es sind die Umstände, die solche Subjektivitäten produzieren. Zum Beispiel ist da so etwas wie die Deindustrialisierung, die bedeutet, dass einfach Zehntausende arbeitslos werden und nicht mehr ein noch auswissen. Zugleich ist da der Zugang zu günstigen Rauschmitteln. Zugleich ist da eine repressive Polizei. Zugleich ist da eine Politik, die sich immer mehr darauf konzentriert, die Vermögen der Reichen zu vergrößern, eine Politik, die die Armen vergessen hat. Daraus könnte man also vieles ableiten, zum Beispiel, dass wir es hier mit Subjekten zu tun haben, die gerade nicht autonom sind, wie der Film suggeriert, sondern die vom Kapital und dessen Interessen beherrscht werden. Aber diesen Schritt will der Film partout nicht gehen. Vielmehr wird die Großmutter, gespielt von Glenn Close, als Leitfigur inszeniert. Sie vertritt eine konservative Ideologie. Sie sagt, die Familie ist das Einzige, was am Ende wirklich zählt. Und man fragt sich dabei, nun, vielleicht ist aber auch die Familie gerade ein großes Problem, wenn ständig der Sohn einer gewalttätigen Mutter ausgesetzt ist und er von der Familie unterdrückt wird und erpresst wird, auf keinen Fall etwas der Polizei zu melden. Also diese Staatsfeindlichkeit, die hier dazukommt, ist auch interessant, dass also nicht der fürsorgende Staat eintreten könnte und das Leben des Sohnes verbessern könnte, sondern die Familie als Elendsverband ist etwas, was keinesfalls verlassen werden darf, ja, was dann noch glorifiziert werden muss als das Schönste und Ehrlichste und Beste in der Welt. Und auch sonst sehen wir, wie die Großmutter eine Ideologie verkörpert, die man durchaus Law and Order und einem autoritären Erziehungsstil zuordnen kann. So schneidet sie J.D. von seinen recht locker daherlebenden Freunden ab. Sie sagt, in drei Jahren leben diese Idioten von Essensmarken oder sitzen im Knast. Er soll sich darauf konzentrieren, was er kann. Er soll gute Noten schreiben, damit er eine Chance hat. Und eigentlich geht es in diesem ganzen Film nur darum, dass man eine Chance wahrnimmt und dass es diese Chance noch gibt. Es ist noch nicht einmal ein Film, der für mehr Chancengleichheit plädiert. Das wäre ja immerhin ein kleiner Schritt in die Richtung, dass man sagen würde, man muss also die Chance für die Menschen, die in derart prekären Bedingungen leben, verbessern, dass sie den Aufstieg schaffen können. Aber hier geht es nur darum, dass man aus sich selbst heraus eine Motivation schafft, einen Antrieb findet, um dann herauszukommen aus der Misere. Es ist also eigentlich die Blaupause dafür, dass man den Sozialstaat kurz und klein schlagen kann. Denn es reicht doch, wenn es einzelne Subjekte wie JD gibt und die Großmutter, die so energisch am Aufstieg arbeiten, dass sie es dann irgendwie schaffen. Völlig egal, was mit all den anderen passiert. Mögen sie Essensmarken bekommen oder im Knast sitzen. Und es ist deshalb so erstaunlich, dass hier das ganze Elend so illustriert wird, aber man überhaupt nicht auf eine andere Ebene kommt. Besonders krass wird das und das erinnert selbstredend an das Streben nach Glück, wo auch der Held dann irgendwann ganz am Boden ist, wo Will Smith dann mit seinem Sohn in einer öffentlichen Toilette übernachten muss, um irgendwie ein Obdach zu haben. Und dann aber wie Phönix aus der Asche nach oben gleitet. So ist es auch hier. Wir sehen, dass die Großmutter irgendwann so wenig Geld hat, dass sie sich nicht mehr das tägliche Essen leisten kann. Und genau in diesem Moment merkt JD, dass er jetzt sich anstrengen muss, dass er jetzt woanders anfangen muss zu jobben neben der Schule. Er muss Fleiß zeigen. Er muss die besten Punktzahlen Punktzahlen in der Schule erreichen und dann kann er es schaffen. Und wir wissen es, er schafft es. Dabei entstehen nirgends interessante Bilder. Wir können uns fragen, warum funktioniert eigentlich dieser Realismus nicht? Wir sehen, wie die Kamera hin und her wackelt. Es steht dann für die innere Unruhe der Figuren und die wackeligen Verhältnisse. Aber nie wird eine eigene Bildsprache gefunden für diese Welt. Es ist ganz anders als zum Beispiel in dem Film Beim Sterben ist jeder der Erste von John Burman aus dem Jahr 1972, der auch im Hillbilly-Land spielt. Nein, hier in Hillbilly-Elegie geht es um einen Realismus, der eine Pseudo-Augenhöhe herstellen will. Man denkt sich, wenn die Kamera auf Augenhöhe rangiert mit den Figuren und wenn auch die ganze Dramaturgie und die Dialoge inhaltlich so schlicht sind, wie die Figuren denken, dann ist das ein respektvoller Film. Dabei muss man, glaube ich, an einem entscheidenden Punkt bei allem Respekt dann sagen, dass man es besser weiß, wenn man es dann besser wissen will. Und genau das ist diesem Film vorzuwerfen. Dieser Film stellt sich absichtlich dumm, um den Zuschauern zu sagen, ja, die Verhältnisse sind sicherlich nicht einfach, aber jeder kann es schaffen. Und J.D. Vance ist doch selbst das beste Beispiel, ist er doch dann erfolgreicher Venture-Kapitalist geworden. Dieses Dummstellen, das der Film hier vollführt und was dazu führt, dass die Zuschauer dumm bleiben sollen, ist genau die Politik, die wahnsinnig gut in dem rechten Spektrum funktioniert, so auch dann bei J.D. Vance und bei Trump. Es geht tatsächlich darum, eine Situation nicht als solche zu zeigen, wie sie ist. Das heißt, es ist kein wirklicher Realismus, sondern man geht so nah mit der Kamera dran, dass man eigentlich auch schon wieder nichts sehen kann. Und diese Politik können wir bei Trump, aber auch in anderen Ländern natürlich überall beobachten, nämlich, dass man versucht, so zu tun, als verstünde man die einfachen Leute, als habe man größten Respekt vor ihnen. Nur eines will man nicht, man will ihnen nicht aufzeigen, wer an ihrer Misere schuld ist, nämlich nicht sie selbst, sondern die anderen, das Kapital, die mächtigen Interessen in der Politik. Und man will auch nicht ihre Situation in irgendeiner Weise verbessern. Sie sollen nur eine Botschaft mitnehmen und die verkündet dann J.D. Vance aus dem Off. Uns macht zwar aus, woher wir kommen, aber wir können jeden Tag selbst entscheiden, wer wir werden wollen. Und genau dies ist die große Lüge, die überall verbreitet wird, die für Wählerstimmen sorgt und die die prekäre Situation weiterhin verschärft. Das heißt, wir schauen nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank!